Jiga, wie gut, dass du Emirate 1 geworden bist. Ach, er hört mich nicht, oder? Hallo? Bro, das ist so gutes Timing, dass du Emirate 1 geworden bist. Ja, du auch? Ja, nee, aber jetzt können wir uns noch spielen. Ah, lol, ach so. Nice, wie lange? Jetzt kann ich auf Main bleiben. Okay, dann machen wir, gehen wir ran. Kannst du kurz in meinen Stream und meinen Subbait bewerten? Ich hatte früher noch was anderes, das war das hier. Aber davon bin ich weggegangen mittlerweile, weil es hat mich selber abgefuckt. Ja, das verstehe ich, das ist ein bisschen viel. Aber, was du auch nicht vergessen darfst, der Kreis ist nicht transparent und die Pfeile sind sehr dick. Wenn du die wieder quasi daran anpassen würdest, dann wird das sogar gehen. Ja, check ich, aber diese beiden Logos reichen mir erstmal. Ja, ja, die sind super. Prime ist kostenlos, selbst minus 25 Prozent. Wusste ich gar nicht, Alter. Woran liegt das nochmal? Ja, ja, das ist krass, dass einfach Angebot gerade ist, ne? Hm, hm, freut mich für dich. Haben wir jemals zu zweit On-Stream-Duo-Q gespielt? Ne, also nicht Du-Q, nur Flex. Stimmt, ja. Fünfer Flex, aber mehr noch nicht. Äh, 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 äh. Hab gerade ein Game verloren. Weil Gegnerischi Lowy uns mit 4, 5 irgendwann angefangen hat zu bauen wie vorn. Ich bin wirklich jemand, ich blame manchmal mein Team, ja, aber ich bin halt immer noch realistisch meistens. Aber heute war es wirklich das Team. Ja, okay. Heute war es wirklich das Team. Wenn ich jetzt Diamond 2 hitte. Dann sind wir wieder raus. Ja, echt? Ja. Dann musst du Diamond 4 sein. Ja. Heute Mittag war ne roughe Zeit, glaub ich. Habe für jeden Cannon Miss einen Shot getrunken, musste ins Krankenhaus. Aber jetzt wieder ein Stream, gut. Bei uns für jeden gefällten Tower-Dive. Für jeden gefällten Tower-Dive, ein Bierchen, du bist nach zwei Runden weg, Bruder. Ja. Ach, ich weiß nicht. Das ist, glaub ich, ungewohnt. Ich kenn Basti halt nur aus Minecraft. Da weiß er halt immer alles. Und es ist halt ungewohnt, die zu sehen in der Umgebung, wo er sich auf andere verlassen muss, sozusagen, weil er es nicht weiß. Zum Beispiel gab's so ne Szene, da hat, da waren die Bot-Lane. Tolkien hat mit Thresh so Laterne auf Minion Wave geworfen, um Seelen einzusammeln. Da hat, da hat Neuronen, Neuron Reaction, das hat bei Basti getriggert, er ist hingelaufen, hat die genommen und dann, oh Gott, oh Gott, wir kommen. Ja, Bruder, ich hab grad mein Licht ausgemacht, Digga, der kleine Hund, Digga. Legit zwei Minuten später steht er in drei Gegnern drin, Tolkien wirft ihm Laterne hin, aber weil er halt grad gesagt bekommen hat, brauchst du nicht nehmen, die Laterne, weil er nach der Aktion verlenkt hat, brauchst du nicht nehmen, hab ich nur für Seelen gemacht, steht er dann neben der Laterne und will vorbeilaufen. Weißt du, weil so dieses, okay, er hat eben gesagt, ich soll die nicht nehmen, ich nehme die jetzt also nicht. Also es war wirklich so, also ich kann mal, das ist eine ganz normale Reaktion so, weil du selbst nicht weißt, was das Beste ist, aber da sieht man richtig so, das ist so ungewohnt. Aber ich sag das krass, der checkt halt so, er hat so intuitiv, hat da so ein bisschen Spacing drauf. Okay. Basti ist generell einer von den Schlaueren, Splitzmerker. Ja, wir haben jetzt gar nicht aufgefallen, ich dachte, der Junge wäre bräge as fuck. Der schummelt auch, der hat eigentlich einen Google-Cheat offen mit den ganzen Flaggen immer. Digga, das wäre so krass. Ich glaube, wirklich, der hat so eine whole-ass-fake-Personality aufgebaut. Oh, ich gehe mal toplein, das Leben retten, Alter. Oh, Mann, ich will, ich will dein Erstgeborenes, deine Familie, dein Auto, alles will ich haben für das, was ich jetzt für dich mache. Nevermind, du bist gestorben. Vielleicht, mir reicht dein Auto, alles andere kannst du behalten. Na, RTP und sie nicht. Wie ich schon meinen Knopf drücken will, den ich in Minecraft auf Voice-Shit habe, um mich zu muten, Alter. Ja, ja, das habe ich immer, bei Craftech war das auch richtig krass. Bro, du musst bedenken, ich habe hier Gesellschaft. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich überlebe, ich überlebe. Geil. Du hast einen Move, die jetzt gehöre ich, aber passt. Sehr gut, guter Call. Bro, du musst bedenken, es gab diese Freecam-Mod in Minecraft, ne? In CraftAttack habe ich sie benutzt. Und das habe ich so oft benutzt, dass das so wurde so kommen. Und ich, ähm, ich habe dann, ich habe legit super viel gebaut und auch super viel dann diese Freecam-Mod benutzt. Oh, die sind beide hier. Ja, ich bin gerade ein bisschen, ich bin abgelenkt, weil hier gerade so viel abgeht. Wir können das eigentlich nicht fighten. Ne, ich bin auch gerade eigentlich, oh mein Gott, ein Glück haben die nicht hingehätscht. Und als ich dann irgendwann, ich bin super oft halt rumgeflogen mit dieser Freecam-Mod, weil ich super viel gebaut habe. Und irgendwann wollte ich dann, als ich nach Köln gefahren bin, stand ich an so einer Kreuzung und ich habe gesehen, dass hinten irgendwie so Stau ist. Also, und ich wollte wissen, warum da Stau ist. Und re-rap, ich wollte den Re-Life in diese Freecam-Mod gehen. Ich habe so gefühlt, ich habe so gespielt, wie ich so mental ein bisschen so nach oben gehe. Das war, ey, Redalk, das war einer der schlimmsten Momente. Das Ding ist, ich glaube dir das komplett. Ich habe da auch so neun Tage am Stück Minecraft gespielt. Und da habe ich meinen, ich hatte da so einen Mini-Subathon. Und da wollte ich so unbedingt einfach, ähm, wie heißt es? Ich wollte unbedingt einfach mal aus Minecraft raus. Ich glaube, ich habe da gesagt, yo, es geht jetzt keine Zeit mehr drauf. Und ich wollte unbedingt einfach aus Minecraft raus. Hab Zeit auslaufen lassen, wollte mit Farbort im Weihnachtsmarkt. Bin dann in den Zug gestiegen. Ich habe irgendwie richtig schlechte Luft bekommen. Oder alles hat gekracht. Ich weiß nicht, wie es ging nach dem Sabathon, Digga. Also, das Ding ist, ich glaube dir das komplett. Ich hatte früher dasselbe, nämlich. Ich war halt immer früher Team-Speak-Maximalist. Und hatte halt auch immer... Oh. Ah, scheiße. Hatte halt auch immer Muten auf einer Taste, die ich mir auf die Tastatur gelegt hatte irgendwo. Ich hatte das wirklich in Situationen im echten Leben, dass, wenn mich Menschen abgefuckt haben, während ich gerade irgendwie Ruhe haben wollte, dass ich, dass ich mein, mein, weißt du, mein Daumen hat so gezuckt, weil da musste immer nur nach rechts von der Tastatur so... Ich kann ein Botlane. Von meiner Maus musste er zur Tastatur hin. Und das ist wirklich gewesen, dass ich dann so gezuckt habe, weil ich die Leute muten wollte. Das ist mir mehrfach passiert. Ich habe den Fehler gemacht, den Leuten das dann zu erzählen manchmal. Das war nicht so eine gute Idee. Ich hatte hier leider kein Level 6, deswegen kann ich wahrscheinlich... Ah, er hat keine Ult, kein Ignite. Na, vielleicht baut er Scheiße, aber ich fürchte nicht. Ja. Oh, na, das kommt von oben, maybe? Oh mein Gott, ich mache manchmal auch, muss man bedenken, ich benutze so viel TikTok mittlerweile, wenn ich mit meinem Homie im Call bin. Du hast den eher auf der Gamescom betroffen, Salty heißt der. Immer wenn ich mit dem Video-Call bin manchmal, will ich den so wegswipen. Oh, lol. Das ist so Diedros-Beckloss. Das ist krass, wie das Muscle-Memory so drin ist einfach. Es gibt ja überhaupt noch keine Langzeitstudie, was die Scheiße angeht. Vielleicht kriegen wir alle später so Zuckungen, dass wir alle die ganze Zeit Bewegungen machen, die wir unser Leben machen. Pike? Ja, ich werde auf jeden Fall eine Langzeitstudie sein. Ja, same. Ich werde Testobjekt Nummer 1 sein. Komme, komme, komme. Ich bin tot. Komme, komme, komme. Wenn er so old hat, bin ich tot. Ah, schade. Nee, wenn er so old hat, wäre er tot. Ach, nee. Oh mein Gott, okay. Ich bin nicht gesandt. Das ist das Game, entscheidende Play. Ja, ich bin wieder tot. Der Yassu ist echt gut. Ich bin ein bisschen zu cocky auch die ganze Zeit. Okay, Shivan, er macht schon 2 Milliarden Damage. My bad. Ich habe gleich wieder old. 20 Sekunden, dann können wir nochmal probieren. Aber wer war das hier? Ja, Pike macht halt auch die ganze Zeit so slightly Stress. Renata kommt hier und will stressen auch. Okay, nee. Hm. Oh mein Gott. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja. Oh, der hat die einfach, oder? Schön. Jetzt zerfällt die Botlane halt wieder. Das ganze Game zerfällt gerade ein bisschen. Oh, ich kann es probieren. Das Nasus 3.1 steht, ist schon sehr geil. Gerade der will auf mich engagen wollen. Nice. Du bist der Beste, Bruder. Ich liebe dich. Kleiner Beste, f*** dich. Dieser scheiß Autodeck, er musste sein. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ganz genau, dass er kommt. Das war Reflex, es tut mir leid. Der Duality of Men. Ich habe so im Blut gehabt, dass das auch passiert, ne? Ich habe jetzt fullengaged noch mich. Renata? Ich habe meinen Damage gemacht. Sie hat halt ein Drache, leider. Ja, ja. Ich kann nicht mehr engagen. Das ist okay. Ich bin da. Ich stehe in 0,3, aber dafür fühlt sich das Game sogar gut an. Also, dass unser Nasus 4.1 steht, macht mich auch sehr happy an sich. Ja, das ist nicht schlecht. Das stimmt wohl. Was hat denn für Stacks? Das ist okay. Kann man machen. Oh, lecker. Oh, sehr lecker. Komm, ich komm, ich komm. Geil. Basti Stream ist gecrasht. Ey, danke für die Info. Basti ist was? Ja, ich glaube, Basti hat einen Blue Screen. Aber danke für die Info, mein Bester. Jo. Doch nicht. Frech. Oh mein Gott. Ich hatte meine Ehe nicht ab. Oh nein, über eine halbe Sekunde. Kann man Wattline helfen fix? Okay, der braucht keine Hilfe. Oh, Drake ist ab. Fuck. Ich dachte, der stasht über die Wand. Aber du musst bedenken, statt dass ich bei meiner Cam einfach diese Einstellung ändere, dass es irgendwann weniger überhitzt, habe ich mir so extra kleine Mini-Lüfter gekauft, die ich machen mache. Da gibt es so extra Einstellungen, dass das später ausgeht quasi. Aber ich habe irgendwie, ich wusste das nicht und dann habe ich mir einfach so, jetzt habe ich so zwei, wirklich so, die sind so, deine Finger sind doch so Teile unterteilt, oder? Oder sagen wir mal so ein Daumen mal ein Daumen. Ja, okay. Vielleicht sogar noch kleiner. In der Länge oder in der Breite jetzt? Länge. Okay, also so drei mal drei Zentimeter. Wir haben passend, zum Glück haben wir... Ja, drei oder vier mal vier Zentimeter. Und der will so ein System zum Sachen messen, das nicht auf Daumen basiert. Oder auf Füße. Das wäre auch nicht wie besser, ja. Aber warte mal, oh mein Gott, deswegen messen die in Füßen die Amerikaner. Das sind alles Fetischisten. Ach so, ja, okay, dann ziehe ich nach Amerika. Ja, lass rüber. Wie läuft es da oben? Ganz okay. Oh mein Gott, bitte. Bitte, oh Gott. Schade. Oh, und sie stirbt sogar nicht? Doch, sie stirbt. Immerhin. So close. Das wäre ein Burn gewesen, ne? Ich bin einfach komplett wieder in den fucking Linkenpark-Grind jetzt gefallen. Nur weil das in den News war, höre ich jetzt die alten Linkenpark-Videos wieder. Äh, ja, ich habe den Song gehört von der neuen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja. Leute haten halt, weil es einfach was Neues ist, ne? Die Leute haten immer, wirklich. Ich habe irgendwie, ich habe gestern, weil wir Filmeersatz-Merch gedreht haben und wir zwischendurch immer rumstanden oder so und da nichts zu tun hatten, habe ich ultra viel Twitter gescrollt, weil das so das Einfachste war. Ne, aber auf jeden Fall ist mir in der Zeit aufgefallen, wie da es ist, es geht im Internet überhaupt nicht mehr darum, das zu sagen, was man denkt, sondern alle hassen nur noch. Und das kombiniert mit dieser deutschen Nichts-Gönner-Kultur, das ist gefühlt so krank geworden. Ja, ja, das ist crazy. In Deutschsprachen im Internet, dass du nichts mehr posten kannst, nichts und auch nichts sagen, ohne dass irgendjemand immer in irgendeiner Art und Weise ankommt und sich beschwert. Pike und Don'ts, Pike und Don'ts. Oh ja, den hole ich mir. Oh, den hole ich mir nicht. Ich hole mir doch. Ich hole mir nicht. Ja, falls lost. Weiß gar nicht genau. Wo ist Nasus? Der Chased Revan alleine weg. Wow, toll. Werfer-Trait. Oh, huge, 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 huge. Ich stirbte halt brutal für, aber. Mann, irgendjemand bellert draußen. Ich dachte, es regnet, Digga. Oder ich schaue auf meine Dachfenster, alles ist trocken. Oh, leil. Die neue Frontrauf wird doch gated, weil sie in Verbindung zu Scientology steht, ja? Genau das ist auch überlaupt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung zu der Thematik. Wenn ich jetzt irgendwas lese, dann, äh, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann sind das die falschesten, falschen Fakten, die man im Internet verbreiten kann. Ja, ich lasse dich ja live. Ah, da hätte ich fast den Reset gekriegt, das wäre so lustig gewesen. Andocker-Gerund da zu sein. Bruder, das ist legit wie so ein richtig harter Hagel draußen. Bruder, was böllern die da alles rum, Digga? Hast du heute irgendein Live-Event? Oh, prima. Schön. Das war ein sehr schlechtes Sonjas, leider. Ich komme mit drei Items, es geht los jetzt. Nasus, halt ruhig, halt durch, Nasus. Nasus hält sich durch. Ja, ich werde sich leider ein bisschen selber gefickt, indem er reingeeht ist. Malbert, aber ich habe den Fight irgendwie halbwegs getakt. Gehen die jetzt Baron machen? Gegen Ungarn. Aber, Bruder, warum feilen wir das so? Digga ist wirklich an, ihr habt so gefällt bei EM wie dieses Spiel gerade. Aber haben wir gewonnen? Jogi, siehste Scheiße, ey. Wieso werde ich darin gesandt? Och, Mann. Das war der freeeste Panther meines Lebens. Machen die Baron gerade in der Zwischenzeit? Ach, ja, machen sie. Och, Mann, wieso cue ich da so früh? Das war so gratis. Oh, lol. Oh, mein. Nicht schlecht, actually. Ja, mein Sonjas war aber wirklich, hätte ich meinen Sonjas besser getimed in dem Fight davor, dann hätten wir viel mehr machen können. Aber ich habe gesonjast, sie konnten auf mich warten und mich einfach töten. Und dann habe ich auch Esri damit getötet. Das regt mich so auf, das mache ich so oft, dass ich cue, um einen Kill zu securen. Das war doch überhaupt nicht nötig. Dadurch hatte ich cue auf Cooldown und konnte den nicht reaktiv benutzen. Ja, ich weiß nicht, wenn wir Brand in den Fight killen, dann haben wir, glaube ich, den Fight instant gewonnen. Ich kann nicht auf ihn raufgehen, bis leider sein Sonjas nicht raus ist, sonst stehe ich da drinnen rum und sterb. Solange du das rauskriegst, wir hatten jetzt Baron von denen. Alle außer Pyke und Shyvana. Yasuo hat Baron. Ich komme zu dir, du hast ihn, ne? Sehr gut. Da sind alle hier. Ich habe leider geholtert für den, war nicht so smart. Sie ist nicht tot. Das habe ich auch mehr Schaden erwartet. Ich habe Rabotons, ich weiß nicht, aber ich habe nicht erwartet, dass sie stirbt. Okay, Hund ist tot. Das wollte ich nicht, ach man. Hab ihn. Ne, ich habe es auch nicht verdient, da irgendwas zu holen, ganz ehrlich. Ich habe mich da einfach knock up'n lassen, ist so schlecht. Ja, ich weiß nicht. Das, also Bruder, das Nase ist halt auch hier ohne Ult stirbt mit, also mit Ult noch, äh, abstirbt ist verrückt. Da hat er das halt halt, der hat das Game-View geworfen. Ja, das ist hier gerade so viel, das ist einfach gestorben, oh. Kann Renate das noch halten kurz, hat sie Ult? Gar keiner, in gar keinen Fall. Es wird einfach gewinballt und... Ach man, schade. Das war so gewonnen, das Game. Oh, das hängt mich auf die Einaktion am Baron. Als die Baron gemacht haben, ich habe legit... Ich habe einen winzigen Fehler gemacht, sonst wären die Penta, die waren alle low. Irgendwär komplett andersrum gelaufen. Ja, wir haben gut gespielt. Also ich fand ein sechst. Oh Gott. Ah. Scheiße.